So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Info, nämlich wir bekommen wieder einen kostenlosen Skin, beziehungsweise ganz kostenloses, ja gut, ja, ist schon kostenlos, aber ein bisschen was müssen wir machen. Was wir machen müssen, ihr werdet es gleich erfahren, es wird wieder lustig, denn eigentlich ist es für normal sterbliche Leute schon ja fast unmöglich. Nämlich wir bekommen Snowboard Superstar Chloe Kim in den Itemshop und natürlich auch in Fortnite rein. Dazu wird es einen Duo Cup geben, der am 27. März im Shop erhältlich und am 24. März gibt es halt den Cup. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen unter die besten 1800 Spieler kommen. Also der wird dann 3600 Leute rausgegeben, heißt man muss schwitzen. Aber es ist auf jeden Fall ein Duo Cup und es wird nicht gebaut. Also definitiv nicht bauen. Warte mal, wo ist es hier? Hier in diesem Duo Cup ohne Bauen könnt ihr dann bla bla bla. Also wir können den Skin freischalten und das Rückenaccessoire, bevor es halt in den Itemshop reinkommt. Dann, was wir aber auf jeden Fall bekommen, ist wieder für eine 8 Punkte, also wir müssen einmal Prozent werden oder 8 mal mindestens 25 und dann kriegen wir halt schon, wie gesagt, bei 25 kriegen wir einen Punkt. Und wenn wir 8 Punkte haben, kriegen wir halt einen Ladebildschirm. Ich muss jetzt so gerade gucken, ist das der hier? Ja, der hier ist das. Den Ladebildschirm halt hier mit dem Drachen. Also der Kleider ist schon nice, der Skin ist auch nice, Rückenaccessoire ist auch nice. Also der Skin ist wirklich, der ist nicht schlecht. Also Luca, wenn du Bock hast, gerne können wir reingehen. Also ich wollte euch nur die Infos geben, da wird ein Cup kommen am 24.03. Am 27.03. wird das Ganze in den Shop reinkommen. Dazu gibt es auch noch das Emote, habe ich hier eben, beziehungsweise lade ich gleich noch hoch. Ich lade erst das hier hoch und dann, warte mal, wo ist das Video dazu? Ist eigentlich mal gut gemacht, das sind nicht einfach nur das Emote zeigen, sondern, nicht nur als Bild das Emote zeigen, sondern wirklich als Video. Also, das ist halt, wie gesagt, das Emote, ist nicht schlecht. Ist okay, ist okay auf jeden Fall. Aber der Skin ist schon nice. Also, das wollte ich euch nur als kleine Info geben. In dem Sinne, ich gehe jetzt gleich live. Ein bisschen, ihr seht schon, rette die Welt spielen. Wieder ein bisschen leveln. Level 30 reicht noch nicht. Also in dem Sinne, haut rein.